Sarah, langsam solltest du aber wirklich mal heiraten. Wovon redest du da bitte? Heiraten? Auf keinen Fall. Ich gehe doch noch zur Schule. Ach komm schon. Ein reichen Mann zu heiraten wird dir viel mehr bringen, als die Schule zu beenden. Mama, ich bin nicht so wie du. Ich gehe gerne zur Schule. Und jetzt lass mich in Ruhe. Diese Unterhaltung hatte ich vor etwa zwei Monaten mit meiner Mutter geführt. Und jetzt seht mich an. Jetzt wohne ich in einer der luxuriösesten Villen in ganz Boston. Ich heiße übrigens Sarah, bin 16 und gehe noch zur Highschool. Mein Leben war noch nie normal. Erstens habe ich keinen Vater und meine Mutter ist total verantwortungslos. Und gibt das Geld, das wir haben, lieber für Partys und Männer aus. Natürlich hat sie nicht einmal einen Job, also sind wir immer darauf angewiesen, dass uns ihre neueste Affäre unterstützt. Meine Mutter hat sich nie wirklich um mich gekümmert. Also halte ich mich einfach aus ihrem Leben raus. Sie kann tun, was sie will, solange ich tun kann, was ich will. Und was ich will, ist zu studieren, damit ich ein besseres Leben haben kann als sie. Aber wie immer musste sie sich in mein Leben einmischen. Und hat mich vor zwei Monaten gezwungen, die Schule abzubrechen und zu heiraten. Natürlich habe ich mich geweigert und bin sogar ein paar Tage in den Hungerstreik getreten. Aber dann sagte sie eines Tages... Morgen werden sich unsere beiden Familien treffen. Wenn du nicht kommst, werde ich zu deiner Schule gehen und ihnen sagen, dass du nicht zurückkommst. Aber wenn du kommst, kannst du trotzdem zur Schule gehen, zumindest bis zur Hochzeit. Schule. Sie benutzt mal wieder das, was ich liebe gegen mich, um mich zu zwingen, bei all ihren lächerlichen Plänen mitzumachen. Gut, ich hatte zugestimmt. Ich meine, es war nur eine Verabredung. Es war ja nicht so, dass sie mich unter Druck setzen könnten, sofort zu heiraten, oder? Am nächsten Tag machte ich mich also mit meiner Mutter auf den Weg, um Adams Familie zu treffen. Ich war schockiert, als ich ihn sah. Er trug eine Maske, die die Hälfte seines Gesichts verdeckte. Und er saß einfach nur da, sagte kein Wort und starrte mich an, ohne auch nur zu blinzeln. Ehrlich gesagt war er ziemlich unheimlich. Aber seine Eltern schienen nett zu sein und sie erklärten, dass er als Kind einen Unfall gehabt hatte, der ihm eine schwere Brandnarbe im Gesicht beschert hatte. Deshalb trug er die Maske, um die Leute nicht zu verschrecken. Ich konnte sehen, wie er mich beobachtete und auf meine Reaktion wartete. Also versuchte ich, zurückzulächeln. Er tat mir so leid, aber gleichzeitig wollte ich auf keinen Fall mein Leben mit diesem Kerl verbringen. Also beschloss ich, meinen Plan in die Tat umzusetzen. Alles, was ich tun musste, war, seine Eltern dazu zu bringen, dem Arrangement zu widersprechen. Also stellte ich mich so ungeschickt wie möglich an. Ich wollte den schlechtesten ersten Eindruck aller Zeiten machen. Sobald der Wein eingeschenkt war, beugte ich mich vor und schüttete das Glas seiner Mutter über ihr weißes Kleid. Meine Mutter sah peinlich berührt aus, aber ich hörte nicht damit auf. Ich aß mit den Händen, ließ das Essen auf den Tisch fallen und kaute mit offenem Mund weiter. Aber egal, wie sehr ich mich bemühte, Adams Eltern schienen mich immer noch zu mögen. Und ich konnte sehen, wie er mich leicht angrinste. Was musste ein Mädchen denn bloß tun, um diese Familie zu verärgern? Offensichtlich waren sie ziemlich verzweifelt. Gegen Ende des Essens begann sie, über die Verlobung zu sprechen. Offenbar sollte ich in das Haus von Adams Familie einziehen, damit wir uns kennenlernen konnten. Und wenn ich Adam helfen könnte, sich weniger unsicher zu fühlen, würden sie mich die Highschool beenden lassen, bevor wir heiraten müssten. Bedeutet das also, dass sie nur einen Freund für Adam wollten? Jemanden, der ihm Gesellschaft leistete? Das war nicht so schlimm. Ich schätze, das könnte ich machen. Nach der Verlobung zog ich also in Adams Villa ein. Jeden Tag nach der Schule hing ich mit ihm ab und versuchte, ihn aufzumuntern. Ich spielte ihm meine Lieblingsmusik vor, zeigte ihm ein paar tolle Filme, versuchte sogar, ihm Witze zu erzählen, aber er lächelte immer noch kaum. Er war an nichts interessiert, was ich mochte. Eines Tages kämpfte ich gerade mit meinen Hausaufgaben für Naturwissenschaft, als er vorbeikam und beschloss, sich anzusehen, was ich gerade tat. Plötzlich fing er an zu plaudern und ich merkte, wie sehr er Chemie und Physik liebte. Er bot mir sogar an, mir bei meinen Aufgaben zu helfen. Er interessierte sich so sehr für diese Fächer, dass ich endlich etwas gefunden hatte, worüber wir reden konnten. Er begann sogar, sich mir gegenüber zu öffnen. Das war zumindest ein Anfang. Ich begann, mich in seiner Nähe wohler zu fühlen. An einem sonnigen Tag fragte ich Adam sogar, ob er eine Party Badminton spielen wolle. Zuerst lehnte er ab, weil er nicht gerne draußen war. Aber ich hörte nicht auf zu betteln. Na gut. Hast du dieses Spiel schon einmal gespielt? Nein. Okay, dann lass es mich dir zeigen. Es machte mir wirklich Spaß, Adam zu unterrichten. Obwohl ich keine gute Hand-Augen-Koordination habe, habe ich in der Schule viel Badminton gespielt. Also fühlte ich mich ziemlich sicher. Endlich hatten wir etwas gefunden, in dem ich besser war als er. Ha. Okay, ich hatte mich wohl zu früh gefreut. Nach ein paar schlechten Aufschlägen wurde er zum Badminton-Profi und machte mich vollkommen fertig. Warum hast du, ähm, sagst du, ähm, hast noch nie gespielt? Weil es die Wahrheit ist. Das, das glaube ich dir nicht. Adam zuckte nur mit den Schultern und ließ mich dann auf den Boden legen. Er musste mich anlügen. Es war unmöglich, dass jemand, der etwas zum ersten Mal macht, so gut ist. Ah! Trotzdem machte es mir irgendwie Spaß. Langsam fing ich an, Adam zu mögen, aber ich konnte nicht den ganzen Tag bei ihm bleiben. Immerhin musste ich auch zum Unterricht. Und ich war immer noch sehr glücklich, darüber zur Schule gehen zu können. Außerdem passierte in der Schule etwas Unglaubliches. Eines Tages, als ich gerade über den Schulhof ging, stolperte ich über eine Dose. Kurz bevor ich mit dem Gesicht zuerst auf dem Boden aufschlagen konnte, tauchte eine Hand auf und zog mich zurück. Als ich der Person in die Augen sah, wusste ich, dass das Liebe auf den ersten Blick sein musste. Sein Name war Brian und er sah echt gut aus. Von diesem Moment an schrieben wir uns den ganzen Tag lang Nachrichten. Und kurz darauf fragte er mich, ob ich seine Freundin sein wolle, was ich natürlich mit Ja beantwortete. Ich war wirklich verknallt. Natürlich musste ich all das vor Adam und seinen Eltern geheim halten. Eines Abends telefonierte ich gerade mit Brian, als ich eine Nachricht von meiner Mutter bekam. Wir hatten seit der Verlobung keinen Kontakt mehr gehabt. Vielleicht, weil sie zu sehr damit beschäftigt gewesen, das ganze Geld, was Adams Eltern ihr gegeben hatten, auszugeben? Sarah, ich brauche unbedingt etwas Geld, nur um die 500 Dollar. Kannst du bitte Adam fragen, ob er mir das Geld leihen kann? Was? Wie kannst du schon das ganze Geld, was seine Eltern dir gegeben haben, ausgegeben haben? Hör auf, so viele Fragen zu stellen. Besorg mir einfach das Geld, okay? Geld, Geld, Geld. Es ging immer nur ums Geld. Sie hat noch nicht einmal gefragt, ob es mir gut geht. Geld, ich wollte dich fragen, ob du auch zu mir etwas Geld leihen kannst. Geld? Wofür? Ich muss meiner Nachhilfe noch Geld bezahlen. Das habe ich schon die letzten Wochen nicht mehr getan. Wie viel brauchst du? Nur so um die 500 Dollar. Okay, ich sage dem Butler Bescheid. Er wird es dir später geben. Puh, das war einfacher als gedacht. Aber Adam hat gar nicht wirklich nachgehakt. Lag es an der Summe? War das für einen reichen Kerl wie ihn vielleicht nichts? Egal, Hauptsache er hat ja gesagt. Das würde meine Mutter für eine Weile ruhig stellen. Wenn es doch nur so gewesen wäre. Ein paar Tage später schrieb sie mir erneut. Dieses Mal wollte sie 3000 Dollar. War das ein Scherz? Obwohl ich sie ignoriert hatte, bombardierte sie mich mit weiteren Nachrichten und Anrufen. So ging es die nächsten Tage weiter. Sie ließ mich einfach nicht in Ruhe. Ich gab jedoch nicht nach. Bis ein Foto auf meinem Handy auftauchte. Es war ein Foto von Brian und mir, auf dem wir Händchen hielten und uns verliebt ansahen. Offensichtlich wollte meine Mutter so dringend das Geld, dass sie bei mir in der Schule auftauchte, um mit mir zu reden und uns dann gemeinsam sah. Dann drohte sie mir damit, Adams Familie alles zu erzählen, wenn ich ihr das Geld nicht besorgen würde. Jetzt bekam ich es mit der Angst zu tun. Denn ich konnte ja nirgendwo anders hin und ich würde nicht mehr zur Schule gehen können. Das durfte ich nicht zulassen. Ich hatte also keine andere Wahl, als Adam mit einer weiteren lahmen Ausrede nach dem Geld zu fragen. Ich erzählte ihm, dass ich Bücher kaufen müsse und dass ich einen kranken Verwandten hätte, der dringend Geld für Medikamente brauchte. Jedes Mal, wenn ich Adam nach Geld fragte, sah er mich an, als wäre er besorgt um mich und fragte mich, ob alles okay sei. Dadurch fühlte ich mich nur noch schuldiger als zuvor. Denn es schien so, als würde er mich wirklich mögen. Um es wieder gut zu machen, bucke ich ihm Kekse und strickte ihm zum Geburtstag sogar einen süßen Pullover. Aber dann, ein paar Wochen später, fragte er mich, ob wir reden können. Sobald ich in sein Zimmer kam, warf er einen ganzen Haufen Fotos nach mir. Auf einen waren Brian und ich zu sehen. Ich konnte es nicht glauben. Hatte mich meine eigene Mutter betrogen? Nein, das hatte sie nicht. Es stellte sich heraus, dass Adam jemanden engagiert hatte, der mich beschatten sollte, weil er das Gefühl hatte, ich würde mich seltsam benehmen. Er hatte nicht nur herausgefunden, dass ich einen Freund hatte, sondern auch, dass ich wegen des Geldes gelogen und es meiner Mutter gegeben hatte. Er war wirklich enttäuscht von mir. Bitte lass mich jetzt in Ruhe, ich will dich nicht mehr sehen. Ich machte mir große Sorgen darüber, nun aus dem Haus geschmissen zu werden. Aber niemand erwähnte etwas. Seine Eltern unterhielten sich immer noch beim Abendessen mit mir und sie schienen immer noch glücklich. Nur Adam mied mich, wodurch ich mich natürlich schrecklich fühlte. Der Einzige, den ich jetzt noch hatte, war mein süßer Freund Brian. Also beschloss ich eines Abends nach dem Essen ihn zu besuchen. Ich brauchte dringend eine Schulter zum Anlehen. Aber als ich bei ihm ankam, sah ich durch das Fenster und erblickte ein anderes Mädchen bei ihm. Dann küssten sie sich und ich dachte, ich müsste mich übergeben. Panisch kniete ich mich hin und krabbelte zu seinem Fenster, versteckte mich darunter und lauschte. Bist du in letzter Zeit dieser Sarah nicht näher gekommen? Wag es bloß nicht. Keine Sorge, Süße. Das habe ich alles nur für dich getan. Mir ist aufgefallen, dass sie in dieser riesigen Villa wohnt und einen Chauffeur hat und so. Ihre Familie muss total reich sein. Ich wollte nur nett sein und ihnen helfen, ihr Geld auszugeben. Weißt du? Und so kann ich dir hoffentlich irgendwann die neue Chanel-Tasche kaufen, die du schon so lange willst. Wow! Ist das dein Ernstliebling? Und wie läuft es? Naja, es geht so. Es scheint, als wäre sie ein ziemlich geiziges, reiches Mädchen. Ach, das jeden Cent nur für sich ausgibt. Ich konnte kaum glauben, was ich gerade gehört hatte. Mein Herz zerbrach in tausend Stücke und ich konnte mich nicht länger zurückhalten. Ich stand auf und drückte mein Gesicht gegen das Fenster. Ich verlasse dich! Brian sah so schockiert aus, mich dort zu sehen. Aber ich wartete nicht ab, ob er noch etwas zu sagen hatte. Ich rannte einfach weinend nach Hause und schloss mich in meinem Zimmer ein. Sarah, mach die Tür auf. Weißt du, wie viele Tage du schon nichts mehr gegessen hast? Sarah, mach die Tür auf! Wenn du nicht aufmachst, lasse ich jemanden kommen, der die Tür aufbricht. Oh Gott, geht es dir gut? Was ist denn los? Nichts! Es tut mir leid, es tut mir leid, dass ich dich die ganze Zeit angelogen habe. Ich wollte das nicht! Plötzlich umarmte mich Adam und sagte... Ist schon gut, weine nicht. Kannst du mir jetzt einfach erzählen, was passiert ist? Unter Tränen erzählt dich Adam die ganze Geschichte. Angefangen damit, dass ich von meiner Mutter benutzt und von Brian verraten wurde. Vielleicht verdiene ich das ja, weil ich dich belogen habe. Na ja, wenn ich du wäre, würde ich jemanden wie mich sowieso nicht heiraten wollen. Du bist ein toller Typ. Solange du Vertrauen in dich selbst hast und mit einer positiveren Einstellung lebst, werden dir nur gute Dinge passieren. Das verspreche ich. Sogar mit diesem hässlichen Gesicht? Ich sah zu Adam auf und... Oh mein Gott. Die Brandnarbe in seinem Gesicht. Sie war schlimmer, als ich dachte. Ich streckte die Hand aus, um sie zu berühren. Das war sicher sehr schmerzhaft gewesen. Können wir... Können wir vielleicht nochmal von vorne anfangen? Du hilfst mir doch auch weiterhin, oder? Ich sah Adam an, lächelte und nickte. Also blieb ich weiterhin in Adams Haus wohnen. Und half ihm, aus dem isolierten, traurigen Leben herauszukommen, das er geführt hatte. Allmählich verbesserte sich seine Einstellung. Und er begann sogar, einen Wirtschaftskurs zu belegen, um sich darauf vorzubereiten, in Zukunft das Unternehmen seiner Familie zu übernehmen. Ich ermutigte ihn auch dazu, öfter mal seine Maske abzunehmen. Du solltest alles an dir lieben, auch diese Narbe. Was meine Mutter betrifft, so sitzt sie derzeit wegen illegalen Glücksspiels in Haft. Ja, dafür hat sie das ganze Geld ausgegeben. Sie wird wahrscheinlich im Gefängnis bleiben und auch wenn ich ihr das nicht wünsche, hat sie es irgendwie verdient. Und was die Hochzeit betrifft, wir haben sie verschoben. Zu meinem Glück wollen sowohl Adam als auch seine Eltern, dass ich zuerst aufs College gehe und meine Träume verfolge. Sobald ich meinen Abschluss habe, werden wir mit der Planung unserer Hochzeit beginnen. Und dieses Mal wird es wirklich aus Liebe sein. Und dieses Mal wird es wirklich ausgesprochen.